Okay, gut, diesmal bin ich die Zwerge, oh, das bedeutet, wir müssen mal gucken, da bin ich die Zwerge, 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 bin sehr immobil auf dieser Karte. Okay, mit den Zwergen, das heißt, wir haben Ursachen, ja, dann kann man hier darauf gehen, auf den Baum, ah, er hat auf jeden Fall die, okay, er hat auf jeden Fall die Orgs, okay. Okay, oder Bug, ja, okay. Creeps hat eher natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen den Vorteil, ich kann natürlich versuchen gleich einmal. Wollen wir erst mal. Wächter 250, okay. Braucht jemand ein paar Hüter? Wir müssen aufbrechen. Brechen wir auf? Wir haben alle Hände voll zu tun. Baut das mit Zwergen. An eure Waffen. Fallt nicht zurück. Oh, 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 oh. Ja, direkt auf jeden Fall ein paar Orgkrieger hier, aber das sollte eigentlich kein Problem für uns darstellen hier. Na, kommt noch ein paar mehr, okay. Wir müssen aufbrechen. Fallt nicht zurück. Hier verbinden wir uns auf, was er geht. Waffen. Zwerge. Schützt unser Land. Hüter, macht euch bereit, euch bereit, Zwerge. Zurück zu den Minen. An eure Waffen. Ja, verlangen wir auch lieber einmal noch. Nein, brauchen wir nicht. Wir gehen lieber auf den Wächter. Jetzt wird gekämpft. Auf sie. Wo werde ich gebraucht? An eure Waffen. Auf ins Getümmel. Jetzt wird gekämpft. Wir haben einen Schießstand gebaut. Macht euch bereit, Zwerge. Kommt jemand ein paar Hüter? Wir müssen aufbrechen. Ein Kopf nach dem anderen. An eure Waffen. Okay, das haben wir zumindest schon mal geschafft. Sie werden den Anblick unserer Werte fürchten. Macht euch bereit, Zwerge. Wir werden warten. Vorwärts, Zwerge. Okay, wir gehen mal runter und holen uns einmal das Rohstoffgebäude. Jetzt wird gekämpft. Sie greifen unsere Rohstoffe an. Zwerge. Wir verwenden nur bestes Material. Macht den Weg frei, Zwerge. Jetzt wird gekämpft. Bleibt zusammen, Axtschläuberer. Baut's mit Zwergengeschick. Seht den Hügel. Feines Zwergenhandwerk. Okay. So, holen wir uns erstmal den ersten Helden. Okay. Na ja. So, das Gebäude wäre fertig. Das kommt den Zwergen wieder hoch. Wir haben alle Hände voll zu tun. Wir fangen an. Auf ins Getümmel. An die Waffe, Herr. Ich bin gleich fertig. Die Äxtre. Ich fahre die Zwerge in die Schlacht. Unserer Wärme. So, gefällt mir das. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Wir werden warten. Wie lange warten wir denn noch? Hier lang. Okay. Bleibt zusammen, Axtschläuberer. Hüter, macht euch bereit. Axtschläuberer, Äxtre. Hier entlang Zwerge. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es nicht. Da sind sie. Der Feind naht. Das sieht blut aus. Wir haben alle Hände voll zu tun. Zu den Äxten, Zwerge. Schüttet die in den Schacht. Lasst uns bauen. Was ist mit den Orgs hier drüben? Okay, sehr, sehr viele auf jeden Fall hier. Aber solange er diese Orgs nur hat, hat er keine andere Möglichkeit, um irgendwas anderes zu bauen. Das ist doch auch zumindest schon mal etwas. Im Grunde genommen genau das, was wir haben wollen. Das sieht bisher ganz, ganz gut aus. Wo werde ich gebraucht? Wir fangen an. Ah, das ist gut. Wo ist der Bauplatz? Bringt das Werkzeug. Eine Orgel. Sie greifen aus der Ferne an. Sie greifen die Mühle an. Okay, naja, Mühle wird angegreifen. Das sieht gut aus. Okay. Wir haben den Schießstand erweitert. Okay, das Schießstand ist erweitert. Was sollen wir bauen? Ich bin hier. Wo sind die Kerne? Ich bin dabei. Feines Zwerg am Dach. Die Schmiede brauchen wir sowieso. Können natürlich mit dem mächtigen Katapult, könnten wir natürlich was in die Richtung anstellen. Die Minen sind in Gefahr. Großartiges Mauerwerk. Hier. Jetzt wird gekämpft. Alle Mann an die Bögen. Bogenschützen. Hier entlang Bogenschützen. Ich bin gleich fertig. Wir müssen aufbrechen. Wo ist der Bauplatz? Wir sind unterwegs. Wir fangen an. was mir natürlich irgendwie ein bisschen lieber wäre noch was mir natürlich noch ein bisschen lieber wäre wir sollten auf jeden fall schon auf gimme die definitiv gehen der wird einer der entscheider noch mit sein okay jetzt hat er die narskuhls hier am start okay okay das heißt wir brauchen auch noch 1 2 verlangen so ein okay das ist da so dann machen wir hier mal ein upgrade okay okay ah wir fighten den fighten wir das sag ich dir okay funktioniert auf jeden fall schon gut okay wir bauen das hier als defensive möglichkeit ein ich bin bereit ich würde gerne etwas sehen hier sagt hierher ihr unterschätzt mich wir werden angegriffen verschwinde macht euch bereit zwerge da hinein sie nehmen unser gebäude ein ne ne das wird er nicht sie greifen unsere rohstoffe an ich bin gerade ziemlich beschöpft ich erledige sie von hier ihr werdet sehen meine größe spielt keine wolle bleibt zusammen aktschleuderer rohstofftechnisch sieht es gut aus holen wir uns einmal das das hier okay also ich habe auch nicht viele einheiten halt entsprechend her also ich habe auch nicht so besonders viel hergegeben muss man sagen das heißt das ist schon mal auf jeden fall sehr gut ähm ich brauche jetzt hier nochmal ein bisschen was damit wir auch Richtung Cap halt natürlich entsprechend kommen ja das würde ich hier auf jeden fall nicht machen zu den echten zwerge er hat jetzt hier noch die den troll käfig und so weiter also alles gut wir haben die schmiede erweitert sie greifen an das gefällt mir gehen wir los wo werde ich gebraucht lasst uns bauen wie gesagt er hat ja die die ganzen einheiten die er hier hat die sind ja voll ne das heißt wir haben genau das das heißt wir haben genau das was wir haben wollen das ist gut ein zorniger zwerg ist ein tödlicher gegner habe ich schon gesagt wir wollen hier so was haben wir denn noch wir haben das haben wir noch okay dann machen wir das ja wir laufen ich würde sagen wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen holen uns noch könig dein zur komplettierung hier oben können dann entsprechend hier auch noch mal irgendwie da noch was bauen ok ja den kann ich auch den kann ich mir dann auch später noch holen er kann ja dort nicht viel machen halt ne das ist ja so sein problem momentan deswegen ziehe ich mal den baumeister mal hier rein holen wir noch einen neuen baumeister machen das upgrade einmal und dann habe ich keine kohle mehr aber das ist okay wenn sie nicht zu mir kommen muss es eben so gehen wo ist der bauplatz lasst uns bauen brüder es sind die warte der meiner warte würdig ist ich bin ich dein werde euch führen da kommen sie reißen wir beide nieder ja ha 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 sie zersplittern wie guter felsen kriegt er nicht hin ok einer ist schon platt dann hole ich mir die verlangten hier noch die equippen wir komplett zusammen so er hat ja seine gesamte armee halt oben das heißt wir haben definitiv den vorteil dass wir oben dass wir sachen sehen halt ne entsprechend das ist natürlich echt ein vorteil natürlich jetzt hier ok drei trolle hat er in position sie kreift sie an rüstet euch zwerge seid standhaft Attacke bleibt wachsam rüstet euch zwerge Sturmangriff. Wo ist der Bauplatz? Das sieht gut aus. Fahrlangs bilden. Auf eure Posten. Wo aufpacken wir doch? Gerd hier unten hat er auf jeden Fall auch nochmal einen Baumeister stehen. Wir holen uns allerdings mal den Streitwagen. Okay. Geht mit der Armee, geht er jetzt hier mal zurück. Okay. Oh fuck. Ja, das war dann nicht so gut. Ah, das war ein Fehler von mir. Fuck. Okay, damit habe ich trotzdem auf jeden Fall einiges hier hinbekommen schon mal. Gimli ist gefallen. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd gelaufen. Müssen wir uns jetzt wiederholen. Das war auch teuer. Okay, wir ziehen uns erstmal wieder zurück. Wir ziehen uns erstmal wieder zurück. Ist erstmal okay. Wir haben alle Hände voll zu tun. Wir erledigen das. Haltet eure Äxte bereit. Zwerge. Ich bin euer König. Wir nachzwergen. Dieser Zwerg ist bereit. Mhm. Ich muss aber glaube ich jetzt wirklich mal ein bisschen, ein bisschen Dampf machen. Ich bin dabei. Ich kümmere mich darum. Okay. Ey, wo hat er das denn hergehabt, oder? Wagen ist bereit. Vorwärts. Seid froh und Mutes, Zwerge. Gute Idee. Wir werden angekündigt. Ich kümmere mich darum. Worauf warten wir noch? Attacke. Die gehen wir uns mehr hin. Macht euch bereit, Zwerge. Schließt auf, schnell. Wir werden den Anblick unserer Berge fürchten. Extert. Hüter. Macht euch bereit. Vorwärts, Zwerge. Jetzt werden die Zwerge ein Töpfchen mitregen. Naja. Ja. Wir sind stolze Kräler. ok wir gehen trotzdem in die offensiv wir müssen in die offensiv gehen die leute ist schon wieder gefallen oh gott noch mal jetzt hier so eine halle der krieger so let's go gimme die so der streitwagen ist kampfbereit ok warte mal den schieben wir einmal hier rein so komm ok nummero zwei let's go wir werden angegriffen Wir brauchen mehr Ostkoppeln. Wir gehen auf jeden Fall gut in die Offensive gerade. Wir brauchen mehr Ostkoppeln. Wir werden sehen, meine Größe spielt keine Rolle. Ich kämpfe mich durch die Wälder. Äxte, Waffenzwerge. Also ist fertig. So, das Gebäude wäre fertig. Ja, ist fertig. Wir müssen in die Offensive gehen. Wir müssen in die Offensive. Ja, wie gefällt euch das? Ich bin bereit. Wir sind stolze Kriege. Sollen Sie kommen? Folgt mir. Das wird angegriffen. Äxte, auf eure Posten. Da ist alles Lieder. Wir werden warten. Marsch! Bleibt zusammen, Axtschleuderer. Axtschleuderer! Das Gebäude stürzt ein. Sie wandten. So jetzt das Erdbeben halt noch Das wäre halt natürlich noch richtig gut So gut, Sprungangriff Wir müssen natürlich mal gucken, ob wir jetzt hier unten noch irgendwie was haben Hier unten hat auch noch was Ja, ja, hat er sich hier unten nochmal aufgebaut Okay, warte mal Ich hoffe, dass ich damit alles wegbekomme Was er noch irgendwie hat Okay, da oben noch irgendwie was Nein, eine Produktion Das hier vielleicht Was ist das? Hier ist auch noch eine Rockruge Ja, okay, sehr schön